Der erste Schlaganfall, das war 2001. Der zweite Schlaganfall ist 2008 und der dritte Schlaganfall ist jetzt 2015. Insgesamt habe ich drei Schlaganfälle. Dieser Schlaganfall bei mir ist ja von der linken Seite, ist ja gerade in Medialis besonders betroffen und deswegen habe ich die Lähmung auf der rechten Seite. Mehr als Hand und Fuß. Und noch dazu, mich nicht zu unterschätzen, dass die seelische Belastung ist ja noch genauso groß, wenn nicht größer sogar. Wir haben ja eine sogenannte Self-Hilfegruppe. Ja, so habe ich das erste Mal richtig von RecoverX gesehen. Drei Sitzungen gehabt. Natürlich, die Therapie ist sehr, sehr anstrengend, aber trotzdem hat es sich gelohnt. Die Leute hier, ja, die können uns Patienten sehr gut motivieren. Ja, deswegen ist diese Motivation ist sehr wichtig für Patienten. Früher war mein Hahn immer so gefallen, ja, wie Fahrhahn. Aber jetzt kann ich schon etwas zum Beispiel die Tür auf und zu machen. Natürlich mit einer linken Hand ist automatisch, aber mit RecoverX ist sicher ein Erlebnis. Ich hoffe, dass wir uns sicher zeigen. Ja, das ist sehr wichtig. Danke, bitte. Du bist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis. Du bist. Du bist. Und das ist ein Erlebnis.